Hallo, mein Name ist Anna-Theresa Hick. Ich bin mit meiner Mutter zusammen Geschäftsführerin der Störtebecker Festspiele. Wir sind ein Familienbetrieb, also mein Vater ist der Intendant und ich bin seit 1993 auf der wunderschönen Insel Rügen. Ich durfte ein kleines quengliges Mädchen spielen, die sich mit einer Pergamentrolle, die sie auseinander gedreht hat und als Hut, als sozusagen eine Tüte auf den Kopf setzte. Und ich erinnere mich daran, wie Klaus Störtebecker alias Norbert Braun mich dann hochnahm und dann sagte, Mensch, du siehst ja aus wie eine kleine Königin. Das fand ich ganz, das war natürlich ganz toll. Der Held, der Klaus Störtebecker und Norbert Braun, das war natürlich ganz klasse und aufregend und mit den anderen Kindern zusammen und den Schauspielern auf der Bühne zu stehen, war ein großes Abenteuer und das war ein ganz toller Moment. Das Leben meiner Familie und auch von mir wäre völlig anders abgelaufen. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ich fühle mich auf der Insel Rügen sehr, sehr wohl und ich freue mich sehr, dass wir dieses Theater haben und ich bin froh, dass das auch alles so aufgegangen ist. Es war ja ein Risiko damals, das zu machen. Also meine Eltern sind ein sehr hohes Risiko eingegangen. Das war mir als Kind überhaupt nicht bewusst. Ich liebe die Insel. Ich finde es wunderschön hier. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, wo ich gerne leben wollen würde und ich kann mir auch keinen schöneren Job vorstellen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020